Ihr seid richtig süß zusammen. Was soll das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu beobachten? Du bist in sie verknallt. Stimmt's? Warum gibst du es nicht einfach zu? Du siehst mal wieder, Gespenster. Hör endlich mit diesem Bullshit auf! Du willst was von der kleinen Hete! Oder läuft da schon was? Wie du selbst schon ganz richtig festgestellt hast, ist sie hetero. Und sie hat einen Freund. Alles klar? Na und? Das schließt nicht aus, dass sie dir gefällt. Gib es wenigstens zu! Ja, ich find sie ganz nett und auch attraktiv. Darf ich das nicht? Wäre fair gewesen, wenn du mir das sagst, statt mir was von irgendwelchen Porträt-Sessions zu erzählen. Ich hab sie doch wirklich nur gezeichnet. Warum nicht gleich als Akt? Das wäre noch prickelnder. Glaub mir, da läuft nichts. Das sehe ich anders. Mal warst du euphorisch, dann wieder schlecht drauf. Angeblich immer wegen der Arbeit. Das Armband hast du mir doch auch noch aus schlechtem Gewissen geschenkt. Wie kommst du denn darauf? Das mit Hanna, das war nur Schwärmerei, mir nicht. Aber das ändert doch zwischen uns nichts. Glaub mir. Ich mach nur noch das Bild fertig und dann war's das. Komm schon. Wie kommst du da hin? HabRob Radi nach. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.